Pietro Lombardi freut sich schon extrem auf die Veröffentlichung zu seinem neuen Song. Phänomenal! Einige kleine Ausschnitte gab es bereits und ein sehr heißes Foto. Nun verbreitet sich im Internet eine Sache ziemlich schnell. Und zwar soll Pietro Lombardi verknallt sein in Sandra. Wer ist überhaupt Sandra? Sie ist das Model in dem Musikvideo zu Phänomenal. Auf Instagram folgt er ihr bereits und in einem Interview mit Klauser sagt er Als ich Sandras Foto sah, war ich gleich angetan. Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie war perfekt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten. Na, das sind ja interessante Sachen, die Pietro verrät in dem Interview. Ob er endgültig mit Sarah nun abgeschlossen hat und bald ganz öffentlich bekannt gibt, dass er mit dem Model Sandra zusammen ist? Ein gutes Paar geben sie eigentlich ab. Euch alle eine gute Nacht und bis morgen, euer Piet. Peace. Eure Meinung ist wieder mal gefragt. Passen Pietro und Sandra gut zusammen? Und was wird wohl Sarah zu dem Ganzen sagen? Schreibt eure Antwort unter dem Video und abonniert Check the Celeb. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wir sehen uns immer wieder. Inge embrace. mb-A 330, 5, 3, 6, 6, 6, 7, 7,